ja hallo meine lieben und herzlich willkommen zu einem neuen let's play von rayman und da ist die nadel gerade geplatzt glaube ich also meine lieben heute spiele ich alleine es ist auch viel schöner weil dann werde ich nicht mehr gehauen und so und ich kann mich in ruhe alles zu spät gefreut ich wollte gerade sagen ich kann euch in ruhe alles zeigen ja meine lieben was haben wir vor wir hatten vor euch mal diese folge zu zeigen wofür wir die looms überhaupt sammeln vielleicht was er uns erzählt aber ja können wir es nicht los ich fand es jetzt lustig weil ich nicht mehr hauen bist du krank ja wir wollten euch zeigen wofür wir looms sammeln genau deswegen freuen wir uns so wenn wir die bekommen genau ja tun wir auch wenn es nicht so klingt nein aber wir können natürlich hier zeigen dass wir nicht nur die charaktere freischalten indem wir level machen sondern hier sind auch ganz viele freigeschaltet durch die looms hier die haben ja alle gesammelt und da kann man halt auch noch charaktere freischalten jetzt passen wir sogar zusammen den halten wir mal ja das finde ich finde ich gar nicht mal so schön guck mal wir kriegen bald den nächsten so und hier seht ihr sind schon schlösser vor und wir haben 54.780 brauchen 55.000 das heißt ich würde sagen wir spielen ganz schnell mal ein level und dann können wir zeigen wie so ein ding hier freigeschaltet wird platzen die da nicht so abhängen wie bei den bei den galerie dingern da ja ich meine schon das tun wir ja dann würde ich sagen machen wir das doch mal ich bleib mal blau du bleib bleib mal blau dann passen wir sehr gut zusammen ja übrigens links sind natürlich die die wir dann gesammelt haben ne so wie hier die estella und die ludmiller und wie sie alle hießen die die schwestern von dir und ja also weiß ich nicht genau die die rote und die blaue und die grüne und die gelbe weiß ich nicht ich habe einfach mal die farben die ich kenne aufgezählt so ich glaube wir haben hier fiesta de la mortis das haben wir fertig ach ja stimmt da fehlt nur noch einer wieso fehlten da nur noch einer weil wir einen nicht gefunden haben ach so das sieht uns ja gar nicht ähnlich willst du es eben abschließen weiß ich nicht wir hatten vorerst mal haben wir zwei übersehen wo war das denn ich gehe da mal einmal rein mal gucken ich bin ein bisschen alt und senil und so ich weiß das nicht mehr das ist verwirrend weil ich meine wir hatten das war aber nicht hier da hatten wir die rote da fehlt nur der für die zeit die haben wir alle ja sollen wir eben vielleicht das zeitlevel machen hast du Lust hast du Bock direkt auf zeitlevel nee kommen wir das war ein schlechter gedanke wir gehen raus wir gehen ganz schnell raus charlie ist so motiviert ja ich möchte ja nicht sofort mit dem schrott anfangen so dann waren wir wohl hier drin das sieht gut aus ja das sieht super aus mit wasser level ich erinnere mich ich erinnere mich und hier haben wir nämlich da fehlen zwei ich würde aber sagen wir machen erst ein anderes level ein normales nicht da hier ist ja schon wieder eine perle wir machen ein normales level palast in der tiefe dann könnten wir die zwei dann nochmal suchen und dann eventuell wenn ich noch ein bisschen weiter rede spielen wir heute gar nicht mehr ich wollte sagen können wir ganz schnell durchziehen damit wir diese ganzen Loops unter dem Meer level weg haben ja genau ich mag was ja was machst du denn? wieso bist du denn schon so schnell unterwegs? wieso hast du oben die Loops nicht eingefallen? ja wie soll ich das denn machen bitteschön? also wirklich ich bin schon wieder rein wo möchtest du hin? ja komm ich steh hier grad und geh wieder rein so guck mal Fischi 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 darf man da rein oder sind die bloß? wo komm ich zu rein? ey dieses Wasser weg kannst du doch noch gar nicht da sind so Strom ach so ja dann scheint ungesund da geh ich da verliere ich nur wieder ein Leben dann werde ich wieder eine Blase das will ich nicht ja die hab ich jetzt auch mal eingesammelt ach jetzt Wasser ich dachte doch ich wollte gerade nicht stehen ich dachte doch warum schwebe ich nicht ja Aua Wasser was das nicht okay ha u 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 Uuuuh! Ich hatte gerade gefragt. Ja, ich dachte, du gehst auch noch mal. Gut, dass ich jetzt mitgezogen wurde. Nee, nee, nee. Jetzt gucken wir das eben an. Ja, wir gucken. Mist, Mist, ich bin ne Blase, ich bin ne Blase! Hä? Ich auch. Ja! 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 Ich war kurz verwirrt. Also für Juma. Geht gar nicht gerade. Ähäähä! Ich war mal hier. Vielleicht sollte generell eine hier vorne warten. Das geht nicht, ich weiß nicht. Das werden wir jetzt mal ausprobieren. Dann mach du den Warten vor. Sicher ist sicher. Und ich dachte hier bei dem ersten noch nicht so einfach. Ich kann ja so lange, ja. Ja, du kannst erwarten. Jeder drei Versuche und dann tauschen wir? Ja, ja. Das möchte jeder sehen. Ich wollte gerade sagen, ich kann ja ein Lied anstimmen oder sowas. Kannst du gerne, ich konzentriere mich auf den Tau zu Berge oder sowas. Kannst du gerne. Obwohl wir sind unter Wasser. Wir können unter dem Meer. Unter dem Meer. Unter dem Meer. Immer die Sendung. Okay, wenn wir singen können, können wir gar nicht. Doch, du kannst ruhig singen. Ich kann den Text nicht mehr. Ich wusste noch unter dem Meer und das war's jetzt. Das war schon sehr, sehr gut. Kinder machen das wieder in fünf Sekunden. Irgendwas mit Wasser. Es ist nasser. So ähnlich war das nicht. Kann mir jemand mal irgendwie den Text im Kommentar oder sowas. Ihr wisst welches Lied wir meinen, ja? Hoffe ich ja mal. Vertraurig bin ich. Das ist ja wohl dann, das wäre ein Lied. Für die Leute, das muss ich euch dann leider sagen, wenn ihr das Lied nicht erkannt habt, so schön vorgetragen. Ja. Das ist dann. Ah! Ich wollte nur die Münze. Ja. Da wird man doch sofort geblasen. Da hilft einem auch kein Herz. Au. Du hättest nicht mit mir den Schalter ausmachen müssen. Ja. Und schon wieder diese Nicht-Fuzzis. Die mag ich ja gar nicht. Ich möchte immer noch wissen, wie diese Elektronik da unter Wasser funktionieren. Also, äh, ich verzweifle stark, dass ich jetzt noch Leben wegkomme. Okay, komm. Wann ist schön? Au. Komm jetzt, hier ist doof. Wo kommen die alle her? Ja, haben wir die nicht alle tot gemacht? Die-die kommen-weiß ich auch nicht, wo die Herkunft. Das sind... Was ist denn das? Au! Ich bin Blase! Gucke mal! Ich bin eine Dicke verbunden bei den Fischen. Wenn du nicht immer da weghüpfen würdest, hätte ich dich schon freigehauen. Au! Kann ich hier runter? Oder gehe ich nach Kapitel 2? Oh! Ich dachte, ob ich noch mal eine Blase bin, ist egal! Alles gut! Hast du sehr gut gemacht! Ach, nicht schon wieder so ein Ballding! Au! Ich hab mir den vor den Kopf gehauen! Hey, der war fast gut! Jetzt weiß ich endlich, warum ich einen Helm aufhabe! Der war gut! Ja, der war nicht schlecht! Das war zwar Zufall, aber... Nein, das war Quint! Ach so! Das war gerechnet! Oh, wieso renne ich denn da rein? Aber wir haben noch einen... Wieso fehlen denn so viele? Ach so! Boah, ich dachte... Ich dachte auch gerade! Die können uns so viele fehlen! Aber ja, es fehlt da noch alles! So soll ich jetzt die Kamera schon gleich wechseln? Was hat der denn selbst gesagt? Ich verstehe manchmal die Anweisungen oder Hilfestellungen oder was auch immer verstehe ich mich. Ach, ich lauf's da fast so schnell weiter, ich kann den nicht lesen! Ich les weiß nicht, was aber... Wenn ich da mal ausm Augen lege, was weiße! Ach so, dann muss man beim Spiegel... Jaaa... Gibt's da keine Fernbedienung für? Ganz schön Mittelalter! Eben! Also, ich habe zuhause für Lichtfernbedienung. Da muss ich nicht ausstehen, wenn ich Bett liege! Nein, ich bin nicht faul! Nein, du bist clever! Ich bin clever! Okay! Ich meine, haben wir alle... Ich weiß nicht, ob wir da nochmal hoch müssen! Das weiß ich auch nicht! Guck mal! Fisch! 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 Oh! Das ist ein toller Fisch! Ja! Guck mal! Wie die Füße aussehen! Klick! Sehr schön! Du musst bitte auf Spiegel! Danke! Zu viel für dich! So! Jetzt! Wieso komme ich da nicht rein? Nein! Ist da ein Schalter irgendwo? Ja, ich gucke! Vielleicht nur von der anderen Seite! Hat das Licht wieder gut gemacht! Ja, jetzt muss man trotzdem noch Selbstmord bekämpfen! Ich muss sagen, der hat hier eine in der Hand! Ja! Ja! Das ist ja fast einfach! Na ja! 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 Ich geh doch schon wieder weg hier! Ah! Ah! Ja! Das ist nicht schlimm! Ich bin wieder ein Herz in die Idee! Kann der mal aufhören? Ja, ja! Geh du mal! Der ist wie Tamir hergeflogen! So! Wie viel haben wir denn? Hast du aufgepasst? Nein! Nein! Geht noch weiter! So ein Mist! Wir müssen noch weiterspielen! Schütte! Ja, wenn man so macht... Ja, wenn man so macht... Du willst nett sein! Danke! Ja! Ja! Einmal! Einmal am Tag! Einmal... Einmal los mit dem Nächsten! Wenn man die Worte holt! Ja! Ich gehörd! Lass mich los! Ich wollte auch nicht an deinen Füßen! Genau! Sehr killerlich! Ja! Ich weiß ja auch nicht! Ich wollte da nicht dran! Ich wollte da rüber! Boah! Das ist aber wieder Timingsache, ne? Ja, du kannst hier aber wieder stoppen. Wer baut denn sowas in sein, was ist denn das? Wohnzimmer, Schlafzimmer, Gemäuer, Wohnung ein? Ich glaube, der hat ja fast... Ich meine, du versinkt. Ich wollte noch nicht weiter, aber ging nicht an. Au! Das war schlecht. Das ging nicht an. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nicht zurückspringen, du blöde Tuse. Da kommt nichts mehr. Guck mal. Nein. Wir haben alle. Ich dachte, uns fehlen noch zwei. Ich dachte auch, wir werden uns fehlen noch zwei. Ich dachte, uns fehlen wenigstens noch zwei. Nein, natürlich fehlen uns keine. Natürlich nicht. Guck mal, wie schön mit so den WD. Da fehlt einer. Was? Yo. Schade. 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 Das muss aber dann jetzt auf der linken Seite. Wo haben wir denn da was vergessen? Ich weiß nicht. Boah, wir werden immer schlechter von Folge zu Folge mehr. Nein. Das lief doch am Anfang, lief das doch ganz gut. Ja. Und jetzt? Da, guck mal, da irgendwo links müssen wir... Am Anfang muss einer fehlen. Das ist doch doof. Ja. Das ist doch wirklich doof. Ist es, aber jetzt haben wir einen freigeschalten. Wir haben einen freigeschalten? Ja, wir haben jetzt 55.000. Da müsste doch eigentlich die Anker frei sein. Ja. Ja, sollen wir mal gucken umgehen? Ja. Ja, komm. Schnell, schnell, schnell. Bisschen Entspannung, bevor wir nächstes Mal verkacken. Ja. Wo war das hier vorhin? Genau. Genau. Die ist da. So. So. Da, genau. Er platzt auch. Den mag ich nicht. Bitte. Was denn? Den kennst du doch noch gar nicht. Der sieht doch schön aus. Ich guck dir, das sind diese Dickerchen. Ich mag die nicht. Ich kann damit nicht. Guck mal. Guck mal, der ist doch schön. Komm her. Guck mal, wie schön du fliegst. Guck mal, hauen kannst du mit dem auch. Ich kann weiter. Schneller, höher, besser. Probe. Äh. So. Wo ist hier? Wo ist hier? Wo ist hier? Weiß ich nicht. Ist mir aber egal. Ja, zieh mich einfach mit. Ja. So. Wie sieht aus? Wir haben noch... Ein paar Minütchen haben wir noch. Wir können einmal auf Zeit laufen. Das geht ja maximal 60 Sekunden. und dann braucht man es nicht weiterspielen. Ja, das ist aber dann auch. Ja, aber... Und dann könnten wir rubbeln. Und dann... Dann muss ich auch verabschieden. Wir können auch die Perle... Da war noch eine Perle. Die machen wir die Perle. Die schaffen wir bestimmt mit drei Minuten. Ja. Du schneidest dann schon alles zurecht. Dann machen wir Perle. Ja, prinzipiell spielen wir hier immer zwei Stunden für eine Folge. Weil... Oh, nein. Die schneide ich gar nicht raus. Ich kann mal schaden. So, hier. Rette den letzten... Da ist er auch auf Zeit. Oh Mist. Ja, du wolltest ja hier. So eine Scheiße hier. Da machen wir extra keinen Level mit auf Zeit. Was machst du denn da? Ich warte, dass du fertig wirst. Da steht die da nur sinnlos in der Gegend drin. Ich finde, ich mache das nur. Ich glaube, Takt. Was ist das denn? Wenn du da... Ja, ich wollte auch. Danke. Ja. Wie, das wird nix. Das ist jetzt schon zu langsam. Das kannst du doch gar nicht so sagen. Ich fühle dich das jetzt schon zu langsam. Hier, vielleicht sollten wir nicht beide gleichzeitig immer da irgendwo hinhüpfen. Das ist gut. Das läuft sehr gut. Hahaha. Das ist ein letztes Gewinn. Ja. Wir sind richtig super. Ich muss mich jetzt erst mal wieder in die Luft retten. Tja, entschuldige. Ich habe dich mit so einem Vier-Wink verwechselt. Genau, weil ich bin eine Blase. Man sollte keinen Boden-Klatscher im Himmel machen. Unsere Zeit ist mehr durch. Ach, Quatsch. Sei doch nicht so negativ eingeschwunden. Ich bin tot. Sei nicht so negativ. Ich bin tot. Positiv genug? Ja. Ich weiß nicht. Mann, ich komme da... Ja, ja. Sag ja, war das jetzt positiv? Ja, mein Gott. Wieso gehst du denn? Ich konnte nicht da hoch. Du hast die Wippe nach unten fallen lassen. Ja, jetzt bin ich das wieder schuld. Willst du damit sagen, ich bin fett? Das habe ich nicht gesagt. Ich sage, du beeinflusst die Wippe. Das hast du aber damit angedeutet. Das würde ich nicht tun. Siehste, alles gut. Alles gut. Hätte sich ruhig mal ein bisschen beeilen können mit diesem Hintern. Mir war das... Hallo? Mir war das schon klar, dass wir das schaffen. Hauptsache, wir haben unser Knie. Ja, wir haben Knie geplant. Wir haben Gold. Wir haben alles. Sehr schön. So. Können wir jetzt was Schönes machen? Weiß gar nicht, warum du daran immer zweifelst. Machen wir jetzt was Schönes? Ja, wir können was Schönes machen. Wir haben hier die Perle freigeschaltet. Ach so, Perle. Guck doch mal. Guck, dass ich die umziehe. Ja, vielleicht könnte ich mich nicht... Die Ursula. Ja, komm. Wir zeigen die mal. Wir zeigen alles. Au. Ich habe ja wusste, ich kann nicht die Ursula... So. Können wir mal einmal hier ranzoomen. Ich habe immer dieses Touchpad dann im Blick. Das ist unfair, ne? Ja. Machen die extra, dass man da zoomen kann und gucken kann? Hat die überhaupt oben her was an oder träge ich die da einen Schlüpper? Ich bin mir auch nicht sicher, warte mal. Die könnte auch einfach nur ein Schatten sein unter diesen Brüsten. Ja. Entweder sind die zu groß oder zu klein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die fühlen zu klein bei den Armen. Bei dem Kopf? Ja, auch das. Und die Unterschenkel. Die was, seine Beine? Ich glaube schon. Oder die Schuhe sind schuld. Ja, oder... Ja. Die Stiefel sehen auch nicht gesund aus. Die sehen auch nicht... Wie können die denn damit hüpfen und rennen? Weil die sind... Und was soll dieses Visier und dieser Helm? Was soll das? Ja, weiß ich auch nicht. Sind die Gegner so schleimig? Oder warum? Die gefällt mir nicht. Aber die hat die gleiche gesunde Körperhaltung wie... Ist das jetzt die Schwester? Ich habe gar nicht gelesen. Ja. Ganz toll hast du das gemacht. Kann ich auch nie mal reingucken. Nee. Au. Oh, guck mal, guck mal, guck mal, was er... Oh. Dann wollte ich denn da reingeflogen. Ich bin da nicht... Ich bin da aus Versehen reingeflogen. Das wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Wie kann ich denn hier so... Äh... Haben wir das auch mal gezeigt. Ja, haben wir das auch mal gezeigt. Nein, guck mal, aber hier. Ich kann so mit den... Guck mal, wie die fliegt. Ja, hab ich gesehen. Interessiert dich ein Scheiß hier. Ich hab doch gesehen, wie schön sie fliegen kann. Ja, aber mit den Öhrchen, das konnten die anderen nicht. Guck mal, oh. Ich fliegt. Ich fliegt. Du kannst dich tatsächlich in der Luft so lange prügeln, dass er fliegt. Ja. Ja. Gut. Ich würde sagen, wir rubbeln uns noch ein. Ja, klar. Wir haben ja noch ein paar. Wir haben noch ein paar. Und wir müssen das Level ja auch gleich schon wieder beenden. Und deshalb... Es könnte alles werden. Wir müssen alles werden. Ein Kurschen hier. Yeah. Aber ich hab ein Milchstoff hier. Das ist ja schon mal schön. Darf ich noch ein rubbeln? Ach, klar. Wir haben's doch. Wir haben's ja. Looms? Looms. Das sind Looms. Jeder hat den, dass das Looms ist. Ja, ist ja okay. Das ist ja gerade schon. Ja, dann machen wir das. Hier ist ein Blubblein. Ja, komm. Einen machen wir noch. Einen machen. Jetzt können wir mal plümmen machen. Mal plümmen. Ich geh mal hier. So. 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 Das wollte ein Herz werden, aber irgendwie. Hat das nicht ganz so funktioniert. Ach, wir haben... Ein Kleinling. Sehr schön. Sehr schön. Ich hab auch für den Ingenamen vergessen. Ich hab auch gewartet, bis das da steht. Das gibt's nicht. So. Ja. Aber ich würd' sagen, die heben wir uns für nächstes Mal auf. Ja, würd' ich auch sagen, bevor dann gar nichts geht. Nächstes Mal. Und sonst gucken wir uns unser neues Kücheltier auch von Nahem an. Und nächstes Mal machen wir, ja... Wir könnten mal eine wirklich Folge machen, wo wir die ganzen, die jetzt fehlen, versuchen. Freu, freu. Ja. Ich freu mich so sehr drauf, Charlie. Ja, ja. Diehst du. Die Zuschauer bestimmt auch. Weißt du, die haben den Vorteil, die können die Folge einfach auslassen. Aber die gucken total gern, wie ich die verprügel und wie ich ne Blase werd. Ja. Und da werd ich garantiert eine Blase, Leute. Ja. Es ist ja nichts verkehrt dran, auch mal ein Blase zu sein. Man muss zu seiner Blase stehen. Tue ich ja. Das ist ne Lebenseinstellung. Kann in der Blase kann ich dich nicht hauen. Manchmal hab ich das Gefühl, ich rede nur Müll. Tust du auch. Weißt du, ich schlau. Ja. Aber ich find mich trotzdem nett dabei. Ich kann zocken auch immer. Ja. So. Also, meine Lieben. Ich würd sagen, wir diskutieren das nochmal eben schnell aus und gucken... Ich kann doch auch nicht machen. Guck mal, jetzt kann die sich gerade hinstellen, wenn ich nichts mache. Hast du gesehen? Boah. Guck mal. Wie 1A. 1A. Ja, aber 1A. Wieso geht die denn dann? Ist das ne Kampfstellung oder so? Guck mal, da. Ja, wieder. Ja. Warte mal. Du kannst nur an meinen Füßen runterdrücken. Steht meiner auch irgendwann? Weiß ich gar nicht. Ich glaub nicht. Bei dir ging das schneller. Ne. Doch. Doch, guck. Oh. Oh, wie geil. Das ist mir noch nie aufgefallen. So, Haltung wieder ruiniert. Einmal bewegt. Was lernt uns das? Bewegen ist tödlich. Oder schlecht für die Haltung. So, ich war mich gerade am verabschieden. Meine Lieben, ich wünsche euch natürlich noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen guten Morgen. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, hinterlasst einen Kommentar, wenn ihr irgendwas dazu sagen wollt. Und ja, vielleicht schreibt ihr ja mal, ob wir die vielleicht die nächste Folge die restlichen Sachen suchen sollen oder ob euch das gar nicht so interessiert und wir das irgendwann im Altersheim machen oder überhaupt nicht mehr und lieber irgendwie neue Level spielen wollen. Ja, könnt ihr ja einfach mal reinschreiben, was ihr so möchtet, sonst entscheiden wir das einfach. Oder ich, die Nadel, die muss ja mitspielen, weil ich bin meistens erster Spieler und rüpfe einfach ein und dann muss sie das mitmachen. Ich mach das schon. Ja, super. Bleibt ja auch nichts anderes. Sonst mach ich die Glase. Ja. Ich befürchtet. So, also gut. Komm, wünsche ich euch was. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.